Oder zu wen? Oh, da schießt er! Ja, das ist richtig! Und zwar auf mich! Der hat sich schon ein Visier entfernt, oder? Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Daisy Standalone Video. Mit von der Partie ist wie immer in diesem Let's Play Together der Memento Mori. Servus! Und wir haben einen neuen Let's Player dazu bekommen, den Vesca. Hallöchen! Gemeinsam werden wir jetzt hier in Novo ein bisschen rumlooten und dann nach Senaya Polana aufbrechen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei! Und hier habe ich noch eine braune. Ich kriege dann Vesca gleich. Okay, weiter geht's! Warum kriege ich die Hose, ne? Du kriegst die pinke. Und der wird eh meistens erst. Ich stehe dazu. Ich hab' ich hab' ich hab' grün, weil ich am unauffälligsten sein muss. Weil ich am meisten noch rausholen kann. Oh, ich bin du boff, grau, auch nicht weitergekommen. Das geht aber irgendwie. Okay. Na, krass nur. Na, hat sich schon leid. Na, krass nur. Wir kommen den gegen Bubis. Okay. Bubis. Machen wir das. Da bin ich jetzt... Das ist doch... Ach, komm, jetzt zoom doch hin. Das ist mit dem... Blödes Ding. A, Y, so. Bob, K, ja. Du brauchst das. Und ich muss... Oh, die Hauptstraße. Oh, da schießt der. Oh, du Scheiße. Okay. Nicht in Panik verfallen. Kommst du bitte auf die Straße wieder. Kommst du bitte auf die Straße. Der schießt von oben. Oh, Straße. Oh, wo wir eben waren. Du rennst nach links dem voll in eine Schussbahn. Komm, siehst du mich? Nein. Oh, bleib doch auf der Straße. Und dann hier, wo ich bin. Ich bin verschwommen, du weißt es schon. Ja, okay, stopp. Geradeaus, 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 geradeaus. Ich seh dich schon. Es ist alles verpixelt, ne? Ja, ich weiß das schon. Seh nicht weit. Ich bin einfach kurz nach links. Du bist aber voll in deinen Schuss gerannt. Das weißt du auch nicht. Aber er hat mich nicht getroffen. Ja, also. Das Glück ist mit dem Do. Das macht die Rose eine Kappe. Wirklich, wirklich Glück gehabt. Mhm. Komm, wir gehen jetzt hier rum. Ich weiß, wo er lag. Aber ich weiß nicht, ob ich mich mit anlegen möchte jetzt. Weil ich nur eine SKS habe. Und du gar nichts. Wir gehen jetzt hier hoch. Bitte verlier mich nicht aus den Augen. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Wo bist du? Ja, bis ich. Ich bin das Bambi bei euch. Ja. Wie viele Stunden hast du 400? 700. Ja, cool. Ich hab vier. Wo kann man das nachschauen? Wo kann man das nachschauen? Im 7. Ihm, gell? Ihm, gell? Ich bin auch 7. Genau. Ich hab... Insgesamt 33. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Soll ich da hin? Dann... Ich weiß nicht, ob das nur einer ist. Ein Sniper. Oder mehrere. Ja, lieber auf Nummer 7 und nicht, gell? Weiß ich nicht, Alter. Eigentlich würd ich da... Wenn ich den krieg, ne? Dann hast du schon mal Lust. Willst du's probieren? Ich bin ja gar nicht. Da muss ich Hilfe dabei. Komm, du hast... Ich wette, du hast nicht gewusst, wo der war, ne? Aber ich schätze, auf der Rechenseite hinwogen. Ja, genau da, wo du hinrand bist. Über den Gleisen am Teig. Oh, da kommt ein Zorn wird nicht wahr. Hilfe. Das, was mich interessieren würde, ist... War einer oder war nicht einer. Wenn einer war, Iwi Turing. Dann könntest du ihn ablenken, wenn ich Kopf nehmen. Keine Güte. Abortdienstbar. Dich hinüber. Oh Gott, scheiß Zombie hinter mir und ich hab keine Orientierung. Müßt! Pass auf, was machen wir. Du weißt doch, wo hier die Gleise ist, ne? Ja. Und du weißt doch... Was, wo? Da sind... Ah, nein. Okay, da unten sind die Gleise. Ja, ja. In diese Richtung wo ich ihn gucke. Da sind Gleisen. Du musst über die Brücke rennen und dann einfach die Gleise entlang rennen. Ja? Nach Osten. Das heißt, in diese Richtung. Mhm. So. Und ich komm von hinten. Und ich komm von hinten. Du bleibst jetzt hier. Ich renne rum. Und ich sag dir Bescheid, wenn wir das Manöver machen. Ja. Das heißt, du rennst so leicht zickzack auf den Gleisen, aber nicht schnurgerade. Und wenn ich wieder bei Atem bin, sag ich dir Bescheid, ich komm von hinten. Und wenn du kannst, rennen während du auf den Gleisen bist, mit Alt guckst du nach oben rechts in diesem Wald. Ja. Ja. Also du rennst über die Brücke und dann rennst die Gleisen weiter, kommt erst ein Feld und da ist ein Wald, oberhalb der Gleise. Mhm. Da liegt das. Da liegt das. Und wenn du da mit Alt, während du über die Gleise rennst, mit Alt nach Alt gedrückt hättest und nach rechts schwenkst, kannst du sehen, ob da wer ist. Dann kannst du mir sagen, ob das einer ist oder ob es zwei wies. Du weißt schon, dass ich fast kein Blut habe und eigentlich gar nichts sehe. Weiß ich. Habe ich Robis. Aber wir könnten, weil der hat ja zuerst uns beschossen. Wenn der alleine ist, kann ich dir Loot schießen. Du darfst dich bloß nicht treffen lassen. Ist aber schon ziemlich das Fernsehen, ja? Natürlich. Wenn du sagst, es ist scheißidee Sache, dann brechen wir ab. Aber ich dachte jetzt, wenn er alleine ist, kriegen wir guten Loot. Erstens, es ist Action. Zweitens, du hast eine Chance auf Loot. Wieso macht es das nicht? Probieren wir es. Ich bin euch keine große Hilfe. Nee. Ich muss jetzt sogar mal warten, weil ich jetzt noch außer Atem bin. Ich esse noch meine Kurka. Energieschub. Ja. Ich bin jetzt in dem Wald, wo er war. Du kannst jetzt losrennen. Okay, ich gehe mal runter zu den Schienen. Wie wir es versprochen haben. Und du musst dir sagen, ob am Anfang des Waldes liegt oder immer in der Mitte. Und leicht zickzack über die Gleise rennen und nach rechts oben schaue mit alt und dann weiß, wie viele es sind. Wenn das zwei sind, probiere es nicht. Wenn es zwei sind, rennst du sofort wieder zurück. Wenn es nur einer ist, probiere ich es. Aber du musst mir wirklich sagen, wie viele und wo er liegt. Wie gesagt, bei zwei und so fort. Ich sehe das nicht. Das ist lange. Na gut. Wenn du meinst, du bist schon dran vorbei und keiner hat geschossen, kannst du einfach wieder denselben Sieg zurück. Wahrscheinlich schießt du mich. Ja. Du bist jetzt schon weit dran vorbei? Ja. Gut, dann rennen wir gleich den Weg wieder zurück. Ich glaube, das checkt nichts. Das ist so aufregend. Ja, das ist, wenn einer auf dich schießt, das ist immer Adrenalinschub. Hier ist keiner mehr. Gut. Ich renne einfach jetzt den Berg vor der Brücke rauf, oder? Dann komme ich hier zu dir. Ja. Bei dem Haus dort. Ja. Ich schau mal ins Haus, weil ich nicht zu wehne. Wäre eh eine schlechte Idee gewesen, von dem wir mal abziehen. Was denn? Den werde ich nicht sehen. So, ja, ja. Oder zu wenig. Wow! Oh, da schießt ihr. Ja, das ist richtig. Und zwar auf mich. Der hat dich schon bis hier anscheinend, oder? Ja. Ich weiß bloß nicht wo, und das ist mein Problem. Ich schätze irgendwo vom Wald. Ja, der ist irgendwo im Feld, nördlich. Ja, der ist irgendwo im Feld, nördlich. Ja, der ist irgendwo im Feld, nördlich. Ja. Grenze bitte mal. Ich seh ihn, okay. Bist du irgendwo? Ich bin im Haus. renn mal beim haus hinten raus also nach hinten hinten raus und dann zur stadt hin nach links rum der ist wenn du hinten rausläuft beim feld ich glaube jetzt zu stadt ein bisschen durch den wald ein bisschen durch den weit so leicht durch den wald über der brücke oder oben du rennst den haupteingang des hauses raus hat er nicht geschossen den haupteingang des hauses raus und dann nach rechts die strafe hoch ok ja wenn wir zurück wenn wir zurück ich habe dann so wie ich kann gerade nicht hast du geschossen nein er hat auch dich geschossen schiefel schlecht er hat auch eine sks nur gut ich weiß wo er ist hat er auf dich geschossen oder nicht ich denke schon ich bin das einzige hier denn ich sehe ihn nicht mehr wo bist du hingerannt wo bist du hingerannt beim haus bin ich immer noch beim haus ja bin wieder reingerannt ah fuck ey dann mal wieder raus ich muss wissen wo er steht wahrscheinlich kommt er mal jetzt dagegen ja ich habe gesehen wo er eben stand aber ich weiß nicht wo er jetzt steht soll ich nochmal raus laufen ja selbe richtung mehr zick zack rennen einfach vorne raus und dann nach rechts die straße hoch klauter wie wester aus die brau ich sehe einen zombie ist keiner mehr ohne sie einen so ich bin schon fast oben bei der kurve ich bin schon fast oben bei der kurve und in mich schiest wer Hörst du die Schüsse? Geh, renn da hin, nimm die Axt und achste ihn. Er wird dich gleich bandagen. Beeil dich. Bin tot. Na, du bist schon tot? Ich bin tot, weil es nicht klappte. So, ich wusste nicht, wo er ist. Renn da hin, wo du die Schüsse gehört hast. Probier den zu achsen, wenn er sich bandagt. Der hat gerade noch mit dem Zombie zu tun. Blödes, ich sehe ihn nicht mehr. Ich bin schon wieder auf dem Weg. Aber bis ich da bin, ist er wahrscheinlich weg. Sonst halte ich safe. Wichtig ist nur, dass du ihn im Auge behältst. Und wenn er zurück zum Loot geht, wo er zum Beispiel mich getötet hat. Und mit Looten beschäftigt ist. Dass du dann zuschlägst. Das heißt, du hältst dich jetzt im Hintergrund. Behältst ihn im Auge, sofern das geht. Ich bin tot. Na, gut. Okay. Aber du hattest schon mal Action. Ja, das ist blöd. Wenn es verschwommen ist, siehst du ihn natürlich auch ziemlich schlecht. Ja, schon klar. Zweimal habe ich ihn getroffen mit der Axt. Ja. Ja. Dann hat er sich niedergelegt, komplett flach und hat halt nachgeladen, ne? Das siehst du nicht. Nee, so, dann hat er ihn nicht mehr getroffen, oder was? Bitte? Dann hast du ihn nicht mehr getroffen, oder was? Doch, er lag, aber ich bin rundherum, wollte ihn gerade quasi axten, dann hat er mich noch umfußt oder so, ne? Ja. Mist. Aber es war Action. Action für YouTube. Ja, wieder, äh, wieder, wie soll ich das beschreiben? Nicht der Yellow-Konflikt. Action der Marke, äh, scheiße gelaufen. Ja, gibt's auch. Ja, gibt's auch. Ich rühre da jetzt nochmal hin. Boah, ich sehe so viel. Hallo, are you friendly? Hallo? Ich höre. Äh, bist du das? Hallo? Hallo? Hinter dir? Ja, du bist da, ja. Bist du? Ja. Äh, gib mir schnell den Feuerlöscher. Ich brauch ne Waffe. Ja, warte. Wo seid ihr? Warte, wie kann ich den jetzt aus der Hand? So. Gut, komm mit. Hast du ne Waffe? Derzeit noch nicht. Okay, wo ich hinrenne, guck. Da muss ne Leiche liegen. Wo ich hinrenne. So. Jetzt bin ich mal in den Tannen. Guck du mal, ob du da bin. Da liegt die Leiche. Okay. Da liegt auch noch ne Waffe. Warte, ich lauf zuerst hin. Ne, ich laufe zuerst. Ich würde es ja lieber wirklich wegrennen, aber warum? Nimm du die Axt und die Waffe und so weiter. Meinst du, das ist alles safe hier? Ich leg dir den Feuerlöscher hier hin. Ja, ich laufe eh noch so ein bisschen rum, aber... Nimm du den erstmal, nimm du den erstmal. Ja, das man, ja und dann... Oh, und wenn, dann gehe ich in Deckung und du machst das. Durch die liest du das Zeug bringen? Ne, ne, ich loote schon. Okay, gehst du weg? Da ist ein Bambi. Wo ist denn Bambi? Da hier. Ich boxe ihn tot. Ich sehe derzeit noch keinen, keiner schießt derzeit. Ich boxe ihn tot. Aber einfacher als ich dachte. Ich bin mal hier. Hat dich jetzt auch nicht erwartet. Ich bin mal hier. Hat der hier jetzt ne Hose? TKO-Kant? Er hat mein SKS-Money mitgenommen, okay. Ja, die Money. Aber ich hab nen Munitionspuffer, was ja? Ja, Leute, und damit sind wir schon wieder am Ende des Videos angelangt. Falls es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen hoch oder ein Abo da. Ansonsten seht ihr hier, wie Zombies auf mysteriöse Weise verschwinden. Ist das im Gefängnis? Ich bin nicht im Gefängnis. Kann ich da helfen oder geht's? Boah, Alter. Ich krieg gleich jetzt zu mir. Boah, der Zombie hat's verpufft. Ja, richtig. Ja, ich hab' auch gesehen, Alter. Puff. Wie geil. Bis dann ausreißen. Bis dahin. Bis dann ausleißen. Bis dann ausleißen.